In der Freimaurerei ist der Kern oder das verborgene Herzstück der okkulten Geheimnisse verwurzelt, eingehüllt in Zahlen, Metaphern und Symbolen. Das sagte Benjamin Crème in »Das Wiedererscheinen von Christus und die Herren der Weisheit«. Und V. W. Wescott sagte in »Die okkulte Macht der Zahlen«, Zahlen sind ein Schlüssel zu den altertümlichen Auffassungen der Weltentstehungslehre, für die Entwicklung der heutigen Menschheit, sowohl spirituell als auch physikalisch. Alle Systeme der religiösen Mystik basieren auf Ziffern. Die Zahlen 3, 5, 7, 9, 11, 13, 33 und alle mehrfachen von diesen haben esoterische Bedeutung für Geheimgesellschaften und werden auf vielfache Weise verwendet. Sie sind in Markennamen geometrisch kodiert und in Unternehmenslogos verschlüsselt. Sie werden als Zahlen von Ratsherren, Unterzeichnern und wichtigen Dokumenten verwendet. Daten mit numerologischer Bedeutung werden für die Einweihung von Denkmälern, für False Flag Ereignisse und für geplante Ermordungen verwendet. Mit Sicherheit hinterlassen die Geheimgesellschaften fast immer, zahlenmäßig oder symbolisch, ihre Fingerabdrücke. Bei der Untersuchung dieser heiligen Zahlen und ihrer Verbindungen kommen dann die okkulten Vorstellungen und Geheimnisse an die Oberfläche. Robert Howard schrieb in Zerstörung des World Trade Centers Okkulte Symbolik deutet auf Feinde innerhalb unserer eigenen Regierung. Die Zahlen 3, 7, 9, 11, 13, 33, 39 bis irgendein Mehrfaches dieser Zahlen haben eine besondere Bedeutung für die Illuminaten. Wir bemerken, dass die Bilderberger einen Kern von 39 Mitgliedern haben, die sich auf drei Gruppen zu je 13 Mitgliedern aufteilen. Wir bemerken, dass der Hauptteil der 39, den 13, welche den Strategieausschuss bilden, Rechenschaft ablegen. Wir bemerken besonders, dass die 13 Mitglieder des Strategieausschusses dem runden Tisch der 9 Rechenschaft ablegen. Du weißt, dass die ursprünglichen Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika 13 waren. Die Verfassung hat sieben Artikel und wurde von 39 Mitgliedern der verfassungsgebenden Versammlung unterzeichnet. Was ist der Zweck, zahlenmäßige Spuren bei seinen Verbrechen und Taten zu hinterlassen? Ist es eine überhebliche Visitenkarte, um sie anderen Eingeweihten der Geheimgesellschaften zu zeigen oder sie daran teilhaben zu lassen? Sind es Glückszahlen? Oder enthalten die Ziffern selbst noch irgendetwas Mystisches? Von allem erwähnten etwas. David Icke schrieb in Das größte Geheimnis Diese Zahlencodes haben eine tiefere Bedeutung als die mehr offensichtlichen der Tage, Monate und des Tierkreises. Zahlen stellen auch Schwingungsfrequenzen dar. Jede Frequenz harmonisiert mit einer bestimmten Zahl, Farbe oder einem Klang. Manche Frequenzen, dargestellt durch Zahlen, Farben und Klänge, sind besonders kraftvoll. Symbole stellen ebenfalls Frequenzen dar und sie beeinflussen das Unterbewusstsein, ohne dass die Person weiß, dass das geschieht. Dies ist ein anderer Grund, warum gewisse Symbole in Geheimgesellschaften, Landesfahnen, Firmenlogos, Werbung usw. gesehen werden. Warum ist der höchste Rang beim US-Militär ein Fünf-Sterne-General? Wer trägt fünf Sterne und wer trägt fünfzackige goldene Sterne? Warum tragen Sheriffs einen sechszackigen Goldstern? Was haben diese okulten Amulette und Symbole damit zu tun, sein Land zu beschützen? Frank Joseph schrieb in die Atlantis-Enzyklopädie Auf Kreta schrieb Platon, dass die Zahlen 5 und 6 in Atlantis heilig waren, wo sie in der Architektur, Kunst und im zeremoniellen Bereich um die geraden und ungeraden Tage zu ehren kodiert waren. Die Wahl der Antlanter für diese Ziffern spiegelt ihre ganzheitliche Religion wieder, der Nabel der Welt, deren Anhänger nach spiritueller Einheit und Gleichgewicht trachteten. Die Zahl 5 stellt das männliche Prinzip des bewussten äußeren Handels dar, während 6 für die weibliche intuitive Empfänglichkeit steht. Zitat Ende Die Bedeutung von Atlantis wird später noch wichtiger, aber für jetzt genügt es zu sagen, dass 5 das männliche Prinzip des nach außen gerichteten Handelns darstellt. Antike Kulturen auf der ganzen Welt teilten die Vorstellung, dass die Sonne das männliche Prinzip darstellt, während der Mond das weibliche darstellt. So repräsentiert ein Soldat oder Sonnenkrieger eine 5 oder einen 5-zackigen Stern tragend höchstwahrscheinlich stark das männliche Prinzip und Energie. Moderne Okkultisten betrachten die 5 als die Zahl des Todes. Die größte Steigerung von irgendeiner Zahl ist das Dreifache, was 5 und 5 förmlich zum höchsten Tod macht. Könnte dies der Grund dafür sein, warum der höchste militärische Rang, 5 Sterne generelle, 5 Sterne oder 5 zackige Sterne auf ihren Uniformen tragen? Könnte dies sein, warum das Gebäude des US-Pentagon, fünfeckig, fünfseitig, mit einem Innenhof von genau 5 Morgan, also 20.000 Quadratmeter, ist. Der Mitgestalter des Pentagons, Jack Whiteside Parsons, war tatsächlich ein Okkultist und hoher Priester des Templerordens. Tex Mars schrieb in Codex Magica, der amerikanische Raketenforscher, Gründer des kalifornischen Düsenantrieblaboratoriums und Priester des Templerordens, Jack Parsons, war, wie der Mormone Joseph Smith, ein höchster Diener des Teufels und ein Aufrührer gegen Gott. Er wehnte sich selber, der prophezeite Teufel zu sein. Parsons schrieb diesen schaurigen Abschnitt in sein Tagebuch. Und so bin ich der Teufel, losgelöst von der Welt, und dies habe ich mir geschworen, dass das Werk des Teufels vollbracht werden soll und der Pfad für die Ankunft von Babylon bereitet wird, und ich werde weder rasten noch ruhen, bis diese Dinge verwirklicht sind. Während des Zweiten Weltkriegs begann das US-Kriegsministerium mit dem Bau des Pentagon und änderte seinen Namen in Verteidigungsministerium. Und seitdem hat die US-Regierung zahlreiche unerklärte Kriege geführt, welche sie der Öffentlichkeit als bloße Verteidigungsmaßnahmen, Präventivschläge oder unvermeidliche Konflikte und Abschreckungsmaßnahmen verkaufte. Die berüchtigten Illuminaten John D. Rockefeller und Amschel Bauer Rothschild hatten fünf Söhne. Wenn die fünf die männliche Energie des nach außen gerichteten Handelns ist, dann sind fünf Söhne oder Sonnen die höchste Verkörperung von diesem Prinzip. Es ist ebenfalls interessant, dass so viele der kommerziellen gecasteten Boy- und Girl-Bands, gegründet von Unternehmen, nicht von den Mitgliedern selbst, wie die Spice Girls, Pussycat Dolls, New Kids on the Block, Backstreet Boys und NSYNC, alle fünf Bandmitglieder haben und jedes Mitglied sich in einer gewissen einzigartigen Art darstellt, handelt und kleidet. Der Bösewicht, der Schönling, der Schnösel, der Hippie und so weiter. Das Ganze scheint einer okkulten Absicht des Tierkreises zu dienen, dabei diese Charaktertypen verwendend, um Waren zu verkaufen. Michael Tesarion sagte auf einer Lesung auf der Conspiracy Convention 2003 mit dem Titel »Die zersetzende Verwendung der heiligen Symbolik in den Medien«, im antiken und modernen Okkultismus ist der fünfte Buchstabe »e« sehr wichtig, weil er das fünfte Wesen oder die Quintessenz darstellt. Er repräsentiert eine spirituelle Macht der Überlegenheit, die Zahl 5. So wird man stets etwas in einem Unternehmenslogo finden, was das »e« aus einem Grund betont. Es wird immer auf irgendeine Weise hervorgehoben, getrennt oder irgendwie gesenkt sein. Zitat Ende Bitte nehme die »es« in den Unternehmenslogos zur Kenntnis, da »e« als der fünfte Buchstabe des Alphabets sehr häufig hervorgehoben oder anders geschrieben ist wie die anderen Buchstaben. Intel senkt das »e«, Acer macht es sehr dünn, Crest und Lee setzt einen Sonnenschein hinter das »e«. E-Force hat die Illuminatenpyramide und Microsoft Internet Explorer verwendet das »e«-Zeichen mit dem Ring des Saturn. Man beachte auch besonders die Logos von Ebay, E-Trade, ESPN, Dell, Esprit, Express, EB, EA Sports oder EA Games, E&A, FedEx, N-Concept Academy und viele mehr. Es gibt höchstwahrscheinlich Okkultisten in gehobenen Stellungen in der Werbeindustrie. In Skandinavien hatte der große Odin zwölf Namen verkörperte Merkmale. Die Kabbalisten achten die zwölf Permutationen des Tetragramms. In einem gewöhnlichen Satz Spielkarten gibt es zwölf Hofkarten, jeweils viermal Bube, Dame König. In einem Satz Tarotkarten gibt es allerdings auch vier Kavalle. Es gab zwölf aufgezeichnete Erscheinungen von Jesus nach seinem Tod. Ihn sahen Maria Magdalena, die Frauen am leeren Grab, zwei Jünger, Petrus, zehn Apostel, elf Apostel, sieben Apostel und andere beim Fischen, 500 Brüder auf einmal, Jakobus der Jüngere, Stephanus bei seinem Märtyrer-Tod, Paulus und der Apostel Johannes. Das war aus dem Buch Zahlen, ihre okkulte Macht und mystischen Werte von William Westcott. In der Bibel gab es zwölf Stämme Israels, zwölf Brüder Josefs, zwölf Richter von Israel, zwölf große Patriarchen, zwölf Propheten im Alten Testament, zwölf Könige von Israel, zwölf Oberste in Israel und die zwölf Jünger Jesus. Wie später gezeigt wird, beziehen sich diese biblischen Zwölf für die Eingeweihten nicht auf zwölf wirkliche Menschen, sondern auf zwölf Potentialitäten des Bewusstseins, die zwölf Tierkreiszeichen. Daher haben wir auch zwölf Monate im Jahr, zwölf Tagstunden und zwölf Nachtstunden, zwölf Weihnachtstage, zwölf Klassen in der Schule, in den USA, zwölf Schritte-Programm bei den anonymen Alkoholikern, zwölf Geschworene, zwölf Tonarten bei der Musik, zwölf Eier in einer Packung, zwölf Zoll ist ein Fuß, die freimaurerische majestätische Zwölf und zwölf Jahre Kindheit vor der Jugendzeit als Teenager und die jüdische Bar Mitzvah mit 13. David Icke schrieb in »Das größte Geheimnis«, ein gängiges Motiv bei allen Traditionen der Geheimschulen ist jenes von zwölf Jüngern, Rittern oder Anhängern, die eine Gottheit umgeben. Die Zahl zwölf ist, neben anderen Dingen, ein Code für die zwölf Monate des Jahres und die Häuser des Tierkreises, durch welche die Sonne symbolisch unterwegs ist, der Gott als 13 symbolisiert. Dies ist das heilige Zwölf und Eins, wie manche es beschreiben, und es ist ein Hauptgrund, warum die Zahlen 12 und 13 immer wiederkehren. Daher hat man zwölf Stämme Israels, zwölf Obersten von Israel, zwölf Jünger und Anhänger von Jesus, Buddha, Osiris und Quetzalcoatl. Es gibt auch einen König Arthur und seine zwölf Ritter der Tafelrunde, des Tierkreises, und die Frauen, Isis, Semiramis, mit einer Krone mit zwölf Sternen im biblischen Buch der Offenbarung. In Skandinavien und der ganzen nördlichen Regionen findet man die Odin-Mysterien, erneut inspiriert durch dieselbe arische Rasse aus dem Nahen Osten. In dieser Tradition gibt es zwölf Drottnas, Tempelpriester, die mit Odin über die Mysterien wachen. Die Heilige Zwölf und Eins wieder mal. Diese Geschichten sind nicht wirklich wahr, und sie sind mystische Symbolik. Dies wird heutzutage mit denselben Symbolen durchgeführt, welche von den Geheimgesellschaften bei Länderflaggen, Wappen, Werbung und Firmenlogos verwendet werden. Das Werk der Geheimgesellschaften, die EU, hat einen Kreis aus zwölf Sternen als ihr Symbol. Es geht hier um heilige Zahlen und Geometrie. Die Proportionen der ägyptischen Statuen, ob groß oder klein, waren das Vielfache oder Varianten von zwölf oder sechs. Zitat Ende. Die geheimnisvollere Dreizehn ist mit der Zwölf verbunden. Dreizehn ist die Zwölf um eins. Es gibt zwölf Geschworene und einen Richter. Dreizehn ist der Herr mit zwölf Jüngern. Dreizehn ist der Betrachter der zwölf Tierkreiszeichen. Es gibt nur zwölf Monate beim Sonnenkalender, aber dreizehn Monate beim Mondkalender. Dreizehn, wie die Sechs, stellt den Mond und die weibliche Energie dar. Und fünf und zwölf Sonne und männlich. Dieses Entscheidende wird seit langem von den Illuminaten und dem religiösen Sonnen-Sohn-Kult verschrieben. Deswegen gilt die Dreizehn allgemein als Unglückszahl. Sie soll für dich unglücklich sein, nicht für die eingeweihten Eliten, welche ihren mystischen Wert verstehen. Im Alten Testament hat die Zahl 13 den Beiklang von Revolution und Aufruhr. Im ersten Buch Moses, Kapitel 14, Vers 4, liest man, denn sie waren zwölf Jahre unter dem König Kedorlaumor gewesen und im dreizehnten Jahr waren sie von ihm abgefallen. Zitat Ende. E. W. Bullinger schrieb in Zahlen in der Heiligen Schrift, daher zeugt jedes Auftreten der Zahl 13 und gleichfalls jedes Vielfache von ihr von ihrer Verbindung mit Aufruhr, Abfall vom Glauben, Abtrünnigkeit, Verderben, Auflösung, Revolution oder irgendwelcher ähnlichen Dinge. Zitat Ende. Alexander der Große herrschte für 13 Jahre und kaufte sein Pferd Bukephalos für 13 Goldmünzen, dann starb er mit 33. Während der Hexenprozesse von Salem, anno 1692, wurden 13 Frauen hingerichtet. Als die Kolonien in Nordamerika gegründet wurden, hatten die New Yorker Freimaurer 13 gerade. Die ursprüngliche amerikanische Fahne hatte 13 Sterne und 13 Streifen für die ursprünglichen 13 Kolonien. Der Freimaurer Pierre Lafont gestaltete in der Mitte von Washington ein Pentagramm aus 13 Straßen. Der freimaurerische Tempel der Erkenntnis in Washington liegt 13 Häuserblöcke nördlich des Weißen Hauses in einer direkten Verbindung mit dem Obelisk des Washington Monument. 1913 wurde die kriminelle Federal Reserve gegründet. Sie ist zusammengesetzt aus zwölf regionalen Banken und wird von der New York Federal Reserve Bank beherrscht. Im Jahr 1933 wurde mit dem Druck der Dollarscheine begonnen, welche die Illuminatenpyramide und die Eulen von Bohemian Grove zeigen. Diese Scheine verschlüsseln auch wiederholt die Zahl 13. Es gibt auf ihnen 13 Sterne über dem Kopf des Adlers, 13 Stufen der Pyramide, 13 Buchstaben beim Spruch Anuit Coeptis und 13 Buchstaben bei jenem des E. Pluribus Unim. Es gibt 13 senkrechte Streifen auf dem Schild, 13 waagerechte Streifen oben am Schild, 13 Blätter des Olivenzweiges, 13 Beeren und 13 Zahlen auf den Banknoten. Bei dem Siegel des US-Schatzamts gibt es vorne einen freimaurerischen Winkel, wie der Zirkel und Winkel auf dem Freimaurersiegel und wenn man eine Lupe verwendet, wird man 13 Löcher in dem Winkel entdecken. Kein Wunder, dass der 13. Abschnitt des Bundesrechts der USA auf das Thema Bankrott bezogen ist. Paul Foster Case schrieb in Das große Siegel der USA, da das Datum 1676 bei dem großen Siegel der USA auf die unterste Reihe der Pyramide gesetzt wurde und da die Zahl 13 so wichtig in der Geschichte der USA und bei der Symbolik des Siegels ist, ist es nicht unbegründet anzunehmen, dass die 13 Reihen der Pyramide 13 Zeitabschnitte von jeweils 13 Jahren darstellen dürften. Zitat Ende. Weil 1776 in römischen Ziffern auf dem Boden der 13-stufigen Pyramide des Dollarscheins steht, könnte man dies als 13 Zyklen von 13 Jahren, 13 mal 13 gleich 169, deuten. Einige Forscher haben überzeugend aufgezeigt, wie alle 13 Jahre, vom 4. Juli 1776 bis 1945, 169 Jahre später, große Fortschritte für das große Werk der Geheimgesellschaften unternommen wurden. 1776 wurden die USA und die Illuminaten gegründet. 1789 schürten Illuminaten die französische Revolution, verabschiedeten die amerikanische Verfassung und das große Siegel der USA. 1802 wurde Washington DC in die USA eingegliedert. Und so geht es weiter bis 1945, als die UN der neuen Weltordnung gebildet wurde, als der 33. Präsident und Freimauer 33. Grades Harry Truman am Ende des Zweiten Weltkrieges Massenmorde anordnete und der Welt das sogenannte Atomzeitalter brachte. 1948 finanzierte die Rockefeller Stiftung ein neues Regierungsgebäude an der östlichen 60. Straße, Hausnummer 1313. 1962 dauerte die Raketenkrise auf Kuba 13 Tage. Und 13 Monate später, auf den Tag genau, am 22.11.1963, wurde Präsident John F. Kennedy erschossen. 11 plus 22 gleich 33. Er wurde an genau denselben drei Stellen getroffen, wie der Freimauer hier im Abiff, der, die Verfolgung der Templer am Freitag den 13. 1307 darstellend, in den Rücken, die Kehle und den Kopf getroffen wurde. Die Apollo 13 Rakete startete um 1.13 Uhr, also 13.13 Uhr militärischer Zeit, und erlitt die angebliche Explosion zwei Tage später, am 13. April 1970. Robert Howard schrieb in George Bush Jr. und die Zahl 13. Denkst du wirklich, das alles wäre Zufall? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Lass mich einmal zusammenfassen. George W. Bush, 13. Vetter von Großbritanniens Königin Mutter und ihrer Tochter Königin Elizabeth und ist ein 13. Vetter des dem Thronerbe enthobenen Prinz Charles. Offiziell wurde er am 13. Dezember der 43. Präsident eines Landes, welches ursprünglich 13 Kolonien hatte, welches seinen Unabhängigkeitstag am 4. Juli feiert, was exakt 13 Tage nach der Sommersonnenwende am 21. Juni ist. Nach dieser Berechnung ist der 22. Juni der Tag 1. Einige betrachten die USA als den 13. Stamm von Israel. Bush regiert aus dem Weißen Haus, dessen Grundstein am Samstag, dem 13. Oktober 1792, durch ein freimaurerisches Ritual gesetzt wurde, als die Georgetown-Loge Nummer 9 von Maryland für eine Zeremonie zusammentrat. Es ist umgeben von 13 annähernd geraden Straßenlinien, die der Freimaurer Pierre Lafant für die Stadt plante und die symbolisch für die 13 Streifen der amerikanischen Flagge stehen. Zitat Ende. Fritz Springmeier, David Icke und andere haben 13 wesentliche Illuminaten-Blutlinien aufgezeichnet. Springmeier listet in seinem Buch Blutlinien der Illuminaten die 13 führenden Familien der USA auf. Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell und Van Duyn. Andere Forscher sind sich uneinig, welche 13 Familien an der Spitze der Pyramide sind. Manche sagen beispielsweise, dass die Disney, Oppenheimer, Payser, Warburg oder Windsor-Familien unter den ersten 13 sind. Alle Forscher sind sich jedoch einig, dass die Rockefellers und Rothschilds unter ihnen sind. Bei der Verwendung von Gematrie verschlüsselt jeder Buchstabe des Alphabets eine Zahl von 1 bis 26. A ist gleich 1, B ist gleich 2 und so weiter. Ein Wort oder Anagramm wird numerologisch bedeutend, wenn es mathematisch in heilige Zahlen umgewandelt werden kann. Beispielsweise wird der amerikanische Medienkonzern America Online, AOL, zu A gleich 1, O gleich 15 und L gleich 12. Diese Zahlen können leicht durch einfache Mittel die heilige 13 erzeugen und in Einklang bringen. 1 plus 15 minus 1 minus 2 ist gleich 13. CBS, ein Fernsehsender, 3, 2, 19 ist gleich 32 minus 19 ist gleich 33. Und so weiter. Ich liste hier noch ein paar auf aus dem Text. Nochmal Robert Howard aus 13 und 33 die freimaurerische Handschrift. Sie sind in der Regierung. Sie stecken hinter dem Profisport. Der Besitzer der Pittsburgh Steelers ist ein Ritter des Malteser-Ordens. Der Besitzer der Detroit Lions ist ein Ritter des Malteser-Ordens. Fast alle Besitzer der großen Football-Unternehmen sind Ritter des Malteser-Ordens, um die Leute bei diesem Rummel um Sport und Spiel entzückt aufjubeln zu lassen, während sie damit beschäftigt sind, eine Tyrannei zu errichten. Dies war einer der Punkte in dem Protokoll der Weisen von Sion, dass sie das Volk unterhalten werden. Dabei spielt auch der Freimaurer 33. Gradeswold Disney eine Rolle. Disney World und Disneyland. Und Milton Hershey mit dem Vergnügungspark Hershey Park. Sie schufen diese Unterhaltung, Spiele und Zeitvertreibe, um die Leute Freude trunken zu machen, während sie damit beschäftigt sind, die protestantische Regierungsform zu stürzen. Zitat Ende. Noch ein paar numerologische Beispiele aus der Sportwelt. Football, Liga, Basketball, Eishockey, Baseball, Golf und Stocker. Diese numerologischen Entsprechungen scheinen zu gezwungen oder weit hergeholt, um bewusst geschaffen worden zu sein, und es ist möglich, dass einige von diesen 13 zufällig sind, jedoch höchst unwahrscheinlich, dass es alle sind. Die Geheimgesellschaften haben immer wieder ihre Besessenheit mit diesen Verschlüsselungen und Zahlen gezeigt. Nimm dir drei oder vier Buchstaben und schau, ob du sie numerologisch auf 13 begrenzen kannst. Diese Zahlen können nur in eingeschränkter Weise manipuliert werden. Nochmal Robert Howard aus 13 und 33, die freimaurerische Handschrift. Viele Filme haben die Zahl 13 in ihrem Titel. 13 Frightened Girls, 13 East Street, The 13th Floor, 13 West Street, 13 Fighting Men, 13 Ghosts, Apollo 13, 13 Lead Soldiers, 13 Men in a Gun und so weiter. Die USA hat eine Altersfreigabe bei Filmen, die sich PG-13 nennt. Falls du es noch nicht weißt, Hollywood gehört den Freimaurern. John Wayne war ein Freimaurer. Wie viele von uns spielten Cowboy und Indianer? Niemand wollte der Indianer sein. Wir alle wussten, dass die Indianer umgebracht werden. Auf diese Weise verherrlichte Hollywood den Massenmord an den amerikanischen First Nations. Der Schöpfer der Star Trek-Reihe, bei uns hieß das Raumschiff Enterprise. Gene Roddenberry war ein Freimaurer. Sogar der Name der Vulkanier in der Serie stammt von dem römischen Gott Vulcanus, dem von den Griechen übernommenen Gott Hephaistos. Das Sprechgerät der Darsteller ist eine Pyramide. Übrigens wurde die Serie geschaffen, um uns reif für eine geschwindelte Invasion von Außerirdischen zu machen, um die neue Weltordnung einzuführen.